Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Stört euch nicht an meinen Lockenwicklern, denn meine neuen Freunde, die ich in diesem Jahr im Lockdown gemacht habe, stören sich auch nicht dran. Ich zeige sie euch gleich. Schreibt mir doch, oder besser noch, schickt mir doch mal ein kleines Video, welche neuen Freunde ihr denn so gemacht habt in diesem Jahr. Cheers, my dears, und happy Sunday! Meet my new friend Zisva. Zisva heißt er, weil im richtigen Leben heißt er Citrus Swallowtail. Und genau da lebt er auch, auf meiner schönen Zitronenplantage, die nur aus einem kleinen Bäumchen besteht. Und genau da frisst er sich durch alle Blätter. Aber kann man ihm denn böse sein? Immerhin wird er mal aus ihm ein wunderschöner Schmetterling. Und das sind Max und Moritz. Max und Moritz besuchen uns seit dem ersten Tag des Lockdowns. Jeden Tag pünktlich um 8 Uhr. Max und Moritz sind Red Wings Darlings. Ja, und bei ihrer Namensgebung haben wir noch nicht gewusst, dass einer der beiden wahrscheinlich kein Männlein ist. Denn neulich haben sie uns ihre Kinder vorgestellt. Mitten hinein gebracht in unsere Wohnstube. Ja, und das ist Hummeldum. Und das sind alle ihre Freunde. Lizzie the Lizard. Vielleicht ist ja auch eure kleine Welt auf einmal ganz groß geworden. Bleibt alle schön gesund. Und das ist ein Schnell DIF-B quality. sommesando nuestros Afghanstunder. Wir démeten.